hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal am 27 september also gestern hat gaijin mal so ganz nebenbei bekannt gegeben was jetzt mit diesem shipyard event abgehen soll es gibt am ende natürlich wieder tolle mopeds zu gewinnen für die leute die jetzt nicht wissen was ein moped ist alles das was sich bewegt und ich cool finde ist ein moped es wurde gestern bereits ein ich glaube russisches schiff vorgestellt fand ich jetzt für meinen kanal nicht ganz so interessant wird man allerdings auch in diesem event in irgendeiner art und weise erhalten können und es wurde ein panzer eine ein doch panzer kann man dazu sagen also so eine art sturm geschütz wurde vorgestellt und zwar der vt1 strich 2 doppelrohr kasematten panzer ein brachial aussehendes moped das nicht nur spannend aussieht aufgrund der beiden 120 mm reinmetall kanonen die vorne verbaut worden sind sondern vom konzept her auch extrem spannend gewesen ist und normalerweise bin ich früher immer hingegangen und habe bei solchen sachen dann versucht auch so ein paar historische fotos einzublenden ich nehme jetzt nur wikipedia fotos weil wikipedia fotos geteilt werden dürfen alle anderen fotos die ich dazu finden konnte werde ich nicht verwenden einfach weil uns youtuber mittlerweile youtube und die eu ganz gewaltig die hölle heiß machen das heißt wir müssen tatsächlich mittlerweile selbst bei bildern aufpassen was wir zeigen also entschuldigt bitte wenn die bildauswahl diesmal ein bisschen eingeschränkt ist nichtsdestotrotz kann ich euch aber was zu diesem fahrzeug erzählen ich bin allerdings diesmal nicht hingegangen und habe mir wikipedia wissen angeeignet ich glaube dafür haben wir andere fachleute in der community die gerne mit solchen zahlen und daten um sich werfen ich habe jetzt mal das gemacht was ich normalerweise nicht mache aber hier habe ich tatsächlich sogar nachgefragt ich habe bei der bundeswehr ins archiv geguckt in die stücklisten der bundeswehr und habe nachgefragt ob ich die daten von dem fahrzeug weil es schon so lange her ist und nie in serie produziert worden ist ob ich die zumindest mal ganz kurz öffentlich verwenden darf wir reden hier über die inventarnummer 4321 ja so heißt das bei der bundeswehr die inventar nummer 4321 und das ist der versuchsträger vt1 strich 2 und das vt ist eben auch gleichzeitig die abkürzung für das wort versuchsträger wir haben ein fahrzeug von der fahrzeugart her heißt es hochbeweglicher zwei rohr kasemattenpanzer mit automatischer lada mit automatischem lada gebaut und entwickelt von der mark maschinenbau gmbh im baujahr 1973 bis 75 von der besatzung her drei mann nebeneinander auf einer gefederten plattform und stückzahl 1 ja es wurde glaube ich irgendwann auch noch ein vt2 gebaut worden das hier sind jetzt die daten zum vt1 die unterschiede zwischen dem vt1 und dem vt2 sind nur minimal deswegen kann man diese zahlen hier tatsächlich berücksichtigen und verwenden wenn ich euch jetzt dieses fahrzeug im grunde genommen erklären möchte denn die bewaffnung war letztendlich der entscheidende unterschied das ganze fahrzeug hat eine länge gesamt von 9.133 mm ein leistungsgewicht von 50 ps pro tonne das ist für die damalige zeit richtig viel gewesen eine kletterfähigkeit von 1000 mm das heißt irgendwo an so 1000 mm hohes hindernis ranfahren klettert er immer noch vernünftig drüber eine steigfähigkeit von haltet euch bitte fest 60 prozent das ist extrem steil nach oben da sind alles so sachen die höchstgeschwindigkeit betrug bei diesem fahrzeug 70 km h und jetzt kommt der eigentlich interessante punkt weil das können wir hinterher auch im spiel testen wie schön sie es umgesetzt haben die beschleunigung von 0 auf 55 km h in elf sekunden vollbracht worden sein ja die reichweite von dem fahrzeug lag gerade mal bei 135 km auf der straße das war jetzt nicht sehr sehr viel und jetzt kommen wir zur motorleistung das wird zum beispiel auch bei vielen panzern im spiel so überhaupt nicht wiedergegeben panzer motoren haben sogenannte kurzleistung und dauerleistung dauerleistung ist das womit ich den motor in einer tour die ganze zeit betreiben kann ohne dass er nennenswerte schäden davon zieht und dann gibt es die sogenannte kurzleistung bei fahrzeugen im zweiten weltkrieg ist das zum beispiel auch der fall gewesen der t34 hatte zum beispiel auch einen ganz deutlichen unterschied zwischen dauerleistung und kurzleistung die kurzleistung betrug 2175 ps und die dauerleistung gerade mal 1500 ps ich bin ja mal gespannt welche ps leistung letztendlich den spielern hier im spiel zur verfügung stehen wird außerdem hat das fahrzeug mehrere batterien besessen und alle möglichen anderen sachen die federung war hydropneumatisch der federweg betrug sagenhafte 320 mm und die bewaffnung waren zwei 120 mm glattrohrkanonen von rheinmetall wir kennen die dinge aus dem leopard panzer das heißt also auch hier heftig viel rums bums kadenz ja die kadenz die offizielle kadenz die bundeswehr bei diesem fahrzeug angegeben hat sind zehn schuss die minute das heißt alle sechs sekunden ein schuss auch hier bin ich gespannt was letztendlich davon im spiel ankommen wird also zehn schuss pro minute von der panzerung her habe ich jetzt zwar auch daten gefunden aber die sind interessanterweise immer noch unter verschluss deswegen kann ich die euch nicht vorlesen allerdings hat er eine sehr gute frontale panzerung gehabt wir gehen ja allerdings nicht weiter darauf ein was hatten die bundeswehr überhaupt zu diesem fahrzeug gesagt ja gegenüber bislang eingeführten kampfpanzern klammer turmpanzern sollte durch das doppelrohr kasematten konzept folgende verbesserung bzw leistungssteigerung erzielt werden eine höhere feuerkraft und die wollte man dadurch erwirken dass durch kürzere reaktionszeit nämlich redundante waffenbedienung zwei kanonen und fortfall des schießhaltes dies umgesetzt wird durch die höhere treffer wahrscheinlichkeit abgabe eines doppelschusses beziehungsweise einer salve und durch höhere zerstör wahrscheinlichkeit abgabe eines doppelschusses beziehungsweise kürzere schussfolgezeiten durch automatische lade an der waffen geschichte automatische lade kommen wir gleich drauf ein gehen wir drauf da gleich drauf ein heu wägelchen automatische lade hat er gehabt aber nur an einer kanone die andere kanone hatte den nicht warum das so gewesen ist kann ich euch gleich auch erklären er sollte eine höhere beweglichkeit erhalten durch höhere motorisierungsgrad so nennt man das und durch eine höhere laufwerksleistung das konnte man mit diesem fahrzeug auch tatsächlich im vergleich zu damaligen fahrzeugen erreichen und er sollte eine höhere überlebensfähigkeit besitzen durch den übergang auf die sogenannte taktische kampffahrt das nennte man nannte man wedelkurs bei feindberührung er sollte eine höhere überlebensfähigkeit haben durch minimierung des stark umpanzerten volumens damit ist der kampfraum gemeint und er sollte eine höhere überlebensfähigkeit bieten durch die realisierung eines hohen frontalschutzes so wie hoch der frontalschutz sein wird der hier im spiel ankommt das wird in den sternen stehen denn die tatsächlich technische daten zu diesem frontalschutzen sind nach wie vor unter verschluss da wird sich tatsächlich irgendetwas einfallen lassen gehen jetzt allerdings mal auf ein anderes taktisches moment ein und das war eigentlich der clue an diesem fahrzeug und ich kann euch jetzt schon an dieser stelle sagen dass dieses fahrzeug so niemals ins spiel kommen wird weil das garantiert nicht umsetzen kann will möchte wird was auch immer wir werden einen amputierten kleinen panzerkrüppel mit zwei kanonen bekommen der clue an diesem opel ist nämlich folgendes gewesen man hat sich gesagt die russen damals war das ja das feindbild kommen mit sehr sehr vielen panzer so viele panzer können wir der ganzen sache gar nicht entgegensetzen also müssen wir dafür sorgen dass unsere fahrzeuge möglichst nicht so schnell zerstört werden und wie wir mit unseren fahrzeugen dann aber möglichst viele von denen abschießen und dann kann man vielleicht ein gleichgewicht herstellen und letztendlich vielleicht sogar eine schlacht gewinnen neben dem wir stellen uns irgendwo hin und sind gut gepanzert und hoffen dann mal dass keiner penetrieren kann hat man irgendwann aber auch festgestellt ist vielleicht nicht ganz so eine gute idee weil irgendwie der gegner hat dann doch immer irgendwas womit er penetrieren kann so ist der lauf der dinge wie wäre es denn wenn wir es einfach in zukunft so machen dass der gegner uns gar nicht erst trifft dann brauchen wir uns auch über penetration überhaupt gar keinen kopf machen und das war im grunde genommen der grundgedanke das grundkonzept des versuchsträgers 12 man ist hingegangen hat gesagt wenn wir die ganze zeit in bewegung sind wie eine bekloppte wildsau durch die gegend brettern dann ist es sehr sehr schwer für den feind und zu treffen zu schießen wenn wir jetzt auch noch hingehen und nicht nur wie eine besenkte sau durch die gegend fahren sondern auch noch ständig haken schlagen wie so ein kaninchen hat auf die flucht ist dann schafft auch der feuerleiterrechner beim gegner im gegnerpanzer ist nicht einen entsprechend vernünftigen vorhaltepunkt zu ermitteln denn wenn der sein vorhaltepunkt ermittelt hat haben wir schon wieder die richtung geändert und die können von vorne anfangen zu rechnen und während wir so schön unterwegs sind könnten wir natürlich eines machen auf alles schießen was sich da so bewegt und das war dann punkt nummer zwei also das war jetzt gerade die wedel fahrt über die wir gesprochen haben das fahrzeug sollte tatsächlich mit hoher geschwindigkeit auf den feind zu fahren und dabei haken schlagen wie blöd und zwar unregelmäßig haken schlagen so dass man tatsächlich kein system in dieser haken schlagenden fahrt erkennt und sollte auch keinen schießhalt machen und jetzt kommt der entscheidende punkt er sollte keinen schießhalt machen dafür hat man einen unheimlichen für die damalige zeit modernen feuerleitrechner in diese kiste eingebaut der kommandant ist hingegangen und hat ein ziel ausgewählt hat gesagt so das ziel da vorne wollen wir jetzt gleich bekämpfen während das fahrzeug sich in voller fahrt befunden hat und wenn das fahrzeug wieder eine richtungsänderung vorgenommen hat zum beispiel wir haben jetzt gerade einen haken geschlagen der nach vorne rechts rüber führt wir wollten jetzt als nächstes nach vorne links rüberfahren gibt es einen klitzekleinen kurzen moment wo unsere kanone über das ziel wandert während wir diesen haken schlagen während wir diese kurve machen und genau in dem moment obwohl wir uns noch in voller fahrt befinden muss geschossen werden und dann wird der gegner getroffen und dafür hat man einen modernen feuerleitrechner eingebaut der genau das berechnen konnte wann die kanone ausgelöst werden muss während das fahrzeug gerade seine richtung ändert und weil ein schütze nun mal langsamer ist als ein computer hat man gleichzeitig noch gesagt so und jetzt machen wir das so dass der dann automatisiert schießt und jetzt stellt euch mal vor das hat sogar funktioniert dieses fahrzeug konnte tatsächlich hakenschlagen wie eine besenkte wildsau über das gefechtsfeld fahren und jedes mal dann wenn es die kurven richtungsänderung vorgenommen hat und das ziel in diesem fall dann irgendwo im bereich dessen gewesen ist was man es hätte bekämpfen können der bordcomputer hingegangen hat eine feuerleitlösung errechnet und hat dann automatisch geschossen und das ziel wurde tatsächlich in voller fahre während wir eine kurve gemacht haben getroffen und deswegen auch den nachladeautomaten in der einen kanone denn diese eine kanone mit dem nachladeautomaten war dafür da diese ganze automatisierte geschichte komplett autonom zu machen also quasi ein roboter der nur noch so ein bisschen von menschen durch die gegend gefahren worden ist das hat tatsächlich funktioniert dieses konzept es ist kein scherz das hat funktioniert die zweite kanone war dann quasi so nah hat backup kanone ich konnte damit dann tatsächlich auch mal irgendwo in einer gedeckten stellung stehen ich konnte damit doppelt keine bekämpfen indem ich zwei geschosse auf ein panzer abschießen das alles aus einer stellung heraus wo ich im grunde genommen ich noch nicht bewege sobald es zum bewegungskampf gekommen ist sind wir hingegangen und haben mit dieser automatischen kanone in unserem panzer die gegner automatisch abgeschossen und genau das wird es im spiel sicherlich nicht geben bedeutet wir werden mit einer sehr sehr hohen wahrscheinlichkeit diesen panzer nicht mehr ansatzweise im spiel so spielen können wir in der realität funktioniert hat kann mir schwerlich vorstellen dass es ein spiel erschaffen wird hier mit voller fahrt wedelfahrt wobei die meisten karten geben so ein gelände nicht mal her mit voller fahrt auf den gegner zuzubrettern immer schön am haken schlagen ist und während er die haken schlecht auch noch von hand natürlich wollen jetzt hier keinen import eingebaut haben von hand ist dann noch schafft die gegner abzuschießen aber das wäre genau die richtige umsetzung für dieses fahrzeug gewesen genau so werden wir es nicht bekommen und jetzt fragt ihr euch ja warum hat die bundeswehr denn dieses granaten geile ding mit 220 millimeter kanonen genommen zur gleichen zeit waren natürlich schon die leoparden in der entwicklung und es gab tatsächlich ein paar probleme mit diesem moped hier das problem war nicht der feuerleitrechner der so tolle sachen konnte und das problem waren auch nicht die 120 millimeter kanonen und auch nicht die total geile frontale panzerung oder die total hammer geile motor für die damalige zeit das problem war das gefechtsfeld auf dem man ihn einsetzen musste der war nicht zu gebrauchen in bewaldetem gebiet deutschland besteht zum beispiel zu einem sehr sehr großen teil aus bewaldeten gebieten da konnte man den nicht einsetzen weil er brauchte freie fläche damit er laufen konnte und haken schlagen konnte er war nicht zu gebrauchen in bebauten gelände ja man möchte zwar eigentlich mit banzer nicht in bebautes gelände rein aber der war da dann überhaupt gar nicht zu gebrauchen das heißt also es gab viel zu viele ecken und kanten in dem bereich in dem die bundeswehr damals tätig gewesen ist wo man den gar nicht hätte einsetzen können und deswegen hat man gesagt bevor wir jetzt hier wer weiß wie viele millionen raushauen nur damit wir hier und da vielleicht wie eine besenkte wild zauberen ackerbrettern können nehmen wir vielleicht dann doch einen richtigen panzer den man in allen gebieten einsetzen kann die deutschland so hat und dementsprechend können wir dann da auf ein anderes konzept setzen und haben dann vielleicht mehr davon das war dann quasi das todesurteil für diese versuchsträger reihe zwei fahrzeuge gab es einmal mit den 105 mm kanonen wie wir sie aus dem leopard 1 panzer kennen und einmal mit den 120 mm kanonen wie wir sie aus dem leopard 2 panzer finden am ende des videos werde ich noch mal die pdf dokumente der bundeswehr einblenden für die ganzen trollos die immer alles besser wissen ihr könnt euch das danach lesen dann könnt ihr endlich mal mitreden und wir gehen jetzt noch mal auf die sache ein wie man zu diesem moped überhaupt kommt ja dritter oktober soll es angeblich losgehen meine panik direkt wird das ein bastel event oder ein lotto bastige event ja angeblich es ist noch nichts offizielles bekannt soll es ein ganz anderes event werden etwas ganz neues ich bin ja mal gespannt was das ganz neue sein wird wenn wir das ganz neue endlich dann kennenlernen werde ich natürlich da noch mal ein video zu machen vielleicht auch das ganz neue erklären wenn es wieder wer weiß wie kompliziert ist für mich ist eines wichtig wenn dieses event kommt für mich persönlich wirklich wichtig dass kein marktplatz event wird das ist die größte scheiße die gaijin abziehen kann gehen wir jetzt noch mal auf den eigentlichen punkt event ein ich muss ganz ehrlich sagen im moment bin ich ein bisschen übersäuert ja es ist im moment quasi im wöchentlichen tag dass irgendwelche andere scheiße hier quasi rausgehauen wird nur mal so damit wir die letzten vier wochen so mal ein bisschen rekapitulieren wir haben gerade ein patch gekriegt mit unheimlich viel inhalt ja da gibt es unheimlich viel zu erforschen wobei die chinesischen panzer die leute können ich mal aufgaben dafür lösen damit ein weiterer chinesischer panzer freigestaltet wird hat man offensichtlich vergessen es gab die mit 262 für die kampfgruppen gefechte es gibt jetzt hier auf einmal diese e-band fahrzeuge und kurz vor dem patch ist ja auch noch was gewesen also im moment wöchentlich irgendwelche mopeds die hier rausgehauen werden kommen leute macht man hier mit könnte gewinnen macht man damit könnte gewinnen man hat fast so den eindruck also wenn die jetzt versuchen krampfhaft im 14-tägigen schritten mit neuen fahrzeugen die leute endlich hier ans halten zu kriegen bleibt doch hier spielt doch mit uns ist ein tolles spiel ich würde ja mal folgendes vorschlagen liebes geitigen team haltet euch doch erstmal an die versprechen den ihr die den ihr den spielern gegeben habt das ist nämlich glaube ich das größte problem dass die meisten leute im moment haben und das ist auch eines der probleme die ich aktuell habe mir geht es gehörig und gewaltig auf den sack dass ihr anti-cheat angekündigt habt und easy anti-cheat jetzt immer noch nicht da ist ja wir sind bald vier wochen rum und so langsam haben wir eine dicke krawatte und das dann noch in kombination mit allen möglichen anderen käse der hier im spiel immer wieder präsentiert wird sorgt ja quasi dafür dass genau die leute die wir loswerden wollen hier vermehrt auftauchen ja allein dadurch dass der chinesische panzer baum freigeschaltet worden ist und ein patch aufgespielt worden ist in dem wieder verdammt viel zu erforschen gewesen ist hat dafür gesorgt das gefühl die anzahl der arschlöcher die hier im spiel betrügen und lügen wieder drastisch zugenommen hat die kommen nämlich immer dann so wenn patch da gewesen ist für zwei drei wochen dann haben sie alles erforscht bei denen geht das ja deutlich schneller als bei uns danach verschwinden die dann wieder so jetzt präsentiert ihr hier alle zwei wochen tolle epische sachen und diese wixgbirnen die bleiben in einer tour da und wir normalen spieler die ehrlich spielen und ja auch gerne mal ein paar euros investieren wir haben so langsam die backen dicke ja ihr könnt hier mit so vielen events und tollen neuen sachen um die ecke kommen solange easy anti cheat nicht scharf geschaltet wird hat das alles keinen wert ich persönlich habe mir jetzt folgendes überlegt solange easy anti cheat ich kommt werde ich keine werbung mehr machen für premium fahrzeuge also auch keine vorstellen und solange easy anti cheat nicht kommt werde ich persönlich erstmal auch kein geld mehr ausgeben und er braucht auch nicht stinkig sein ich habe in den letzten sieben jahren über 3000 euro in diesem spiel versenkt obwohl ich content partner bin aber ob ihr in den nächsten sieben jahren weitere 3000 euro von mir bekommt das steht in den sternen ich persönlich sage jetzt ist schluss entweder schaltet die easy anti cheat frei dann bin ich bereit solche events zu bejubeln dann teilzunehmen und ich bin bereit mein obolus zu bezahlen oder ihr haltet es weiter unter verschluss weil ihr angst vor dem haben was dann passiert und unser eins der ehrliche spieler und auch viele andere in der community werden dann sagen bis der was dann braucht damit uns erstmal auch nicht mehr rechnen es gibt ja andere spiele die ähnliche probleme an die sich auf den teil der community konzentriert haben der in wirklichkeit dem spiel geschadet hat ich denke da so an blizzard und world of warcraft von 15 millionen auf zwei millionen aktive accounts runter nur weil man die ganze zeit auf die ganzen hampelmänner gehört hat die alles besser wussten alles schneller wollten alles leichter wollen alles einfacher wollen ja die haben umsatzeinbußen in milliarden höhe jedes jahr weil sie auf diese holzköppel die immer noch besonders groß am rumschreien sind gehört haben dass es anders geht hat man gemerkt als classic zurückgekommen ist ganz viele alte spieler sind zurückgekommen und genießen jetzt dieses spiel ich sehe hier tatsächlich ähnlichkeiten ja man hört in warfonda auf die holzköpfe die alles schneller einfacher leichter wollen die immer alles besser wissen die eine besonders große klappe haben und überall ganz besonders stark stängernd auftreten damit ja alle anderen die klappe halten und ich sehe dass gleichzeitig viele treue spieler von damals immer mehr in sack hauen sagen ich gehe jetzt ich habe nämlich keinen bock mehr auf diese scheiße das wollte ich hier weil es eben um ein event geht wo ja doch wieder ganz viele leute gehypt sind einfach noch mal am rad gesagt haben ja events sind toll neue fahrzeuge sind toll aber das gesamtpaket muss stimmen und das gesamtpaket ist im moment so lange easy anti cheat nicht da ist tut mir leid nichts anderes als ein riesengroßes desaster das war es von meiner seite ich sage schön mit würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid entweder einem video oder in im live stream alles gute euer im blied